Yo Leute und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Bevor wir jetzt wieder anfangen, uns das Gesicht zu verziehen, weil wir vor Lachen nicht anders können, möchte ich ganz kurz ein paar ernste Worte an euch richten. Die 187 Straßenbande hat meine Jesus-YouTube-Kacke gestriked. Ich frag mich, warum das bei der Vibe nicht passiert ist, keine Ahnung. Gestriket ist der falsche Ausdruck, sie waren zum Glück so nett und haben es einfach nur gelöscht. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Trotzdem, meine Freunde, müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, was YouTube-Kacke angeht. Denn Paragraf 13 bricht uns allen das Genick. Ihr wisst, Leute, Copyright, 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 Zensur des Internets und so weiter und so fort. Ihr werdet es alle sicherlich mitbekommen haben. Dementsprechend können wir jetzt tatsächlich nur noch auf YouTube-Kacke reagieren von Leuten, wo wir uns sicher sein können, dass die a. entweder niemals ins Internet kommen, wie zum Beispiel Leute von BibelTV oder b. von anderen YouTubern, wo wir relativ sicher sein können, dass sie eigentlich nicht striken. Gut, natürlich könnte es der YouTube-Kacke-Ersteller noch striken, aber dann können wir den auch zurückstriken, weil der hat ja auch Konter von anderen benutzt, von daher. Ja, gut, Leute. Ich dachte, das wäre irgendein anderes Video gewesen. Der gute Evive ist gar nicht so gut und ist leider wieder mit dabei. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Video und... Ja, Mann, Digga. War da Paluten auf dem Schiff? Was? Peter Lustig, Paluten ist es Paluten? Das da? Achso, ganz rechts. Nee, das ist doch nicht Paluten, oder? Nein, warte hier. Da im Schiff, guck mal, da sind noch Leute. Ja, mit der Sonnenbrille, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach an. Ich... keine Ahnung. Oh, die Scheiße, auf die ich Bock habe. Bock habe. Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen Video. Ah, die hat jetzt nicht mehr Bock mehr. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite. Ätschisch. Ätschisch. Oh, das war gut. Oh. Oh. Das war gut. Wie hat er geantwortet? Die Cock-Challenge, klar. So, we will start and, um, 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 I think we have to think, if you wanna help me. Oh, ja. Oh, ja. I'll say. Oh, ja. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Papers, and then we have to, what's the name in England? What's the name? Oh. Das stimmt dir mit Ed Sheeran bitte nicht. Der Arme, alter, der macht Hilfe. Okay. Okay. And the other one has to get. The, uh, 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 the song. Do you want to start? What the stand with him? You want to start? Bitte Scooter und nicht striken, komm, wir machen lieber weiter. Wie lang ging das bitte? Ist das... War das unnötig, Alter? Alter, das geht mit sich gar nicht mehr an. Es geht nicht mehr an. Warum? I'm in love with the shape of you. You push me with my magic. Oh, 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 oh. It's just looking. Thank you. So, thank you very much. That was fun. Fuck me. Oh, put thumbs down as well. ist das unnötig gewesen am ende als mir das passende bild von paluten ganz kurz genau das passiert mit mir meinen hören degeneriert vollkommen leute das war es von diesem wunderbaren video schaut euch auf jeden fall die ganze youtube kacke bis zum ende an lasst diesen youtube kacke erstellern ein abo da die haben es echt verdient die leisten da echt ganze abend riskieren vor allen dingen ihren kanal leute ja das darf man nicht unterschätzen unterstützt sie da auf jeden fall und ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen lukas willst du noch was sagen super leute macht's gut hau da rein bis zum nächsten mal auf wiedersehen